Unglaubliche Bilder aus London. Ein Porsche-Fahrer überfährt ein Fahrrad, rast davon. Der Vorfall ereignet sich an einem Kreisverkehr im Süden Londons. Der Tag ist bereits von Anti-Öl-Protesten und Klimademonstrationen sowie Straßensperren der Klimaaktivisten geprägt. Eine Herausforderung für die Autofahrer der Stadt. Dann auch noch das. Am Abend blockieren ca. 20 Radfahrer die Straße. Ein Porsche-Fahrer setzt kurz rückwärts, hupt. Einer der Radler steigt ab, deutet mit einer Geste an, dass es hier nicht weitergehe. Doch der Mann am Steuer akzeptiert das nicht, fährt direkt auf die Gruppe zu. Der Radfahrer kann noch sein Fahrrad dem anrollenden SUV entgegenwerfen. Dann überrollt der Porsche Cayenne das Fahrrad. Ein weiterer Radfahrer wird gestreift, fast umgefahren. Dann rast der Porsche-Fahrer davon. Die Radfahrer nehmen die Verfolgung auf.